Die Kleinbahn Wesel-Reß-Emmerich ist eine ehemalige Eisenbahn im Landkreis Reß, die die Kreisstadt Wesel mit den Städten Reß und Emmerich verbannt. Sie verkehrte vom 6. November 1914 bis zum 31. Dezember 1966 auf überwiegend eigenem Bahnkörper. Die Strecke verlief in Wesel zunächst zwei Kilometer neben der heutigen Bundesstraße 8 auf einem separaten Bahnkörper und führte dann entlang der Dämme des Rheins von Ort zu Ort, um vor Emmerich wieder auf die heutige Bundesstraße 8 zu stoßen. Die Züge verkehrten montags bis samstags zwischen 6 Uhr und 21 Uhr im Stundentakt an Sonntagen jede halbe Stunde. Für die gesamte Strecke benötigten sie rund eine Stunde und 50 Minuten. In Reß bestand seit dem 28. Februar 1915 Anschluss an die Kleinbahn Resempel. Geschichte Bereits 1908 beschloss der Landkreis Reß eine Bahnverbindung zwischen Wesel und Emmerich über Reß zu erstellen. Und zwar aufgrund eines Gutachtens aus dem Jahr 1909 als elektrisch betriebene regelspurige Kleinbahn. In Wesel sollte eine Verknüpfung mit der Staatsbahn nach Bocholt, Münster, Oberhausen und Wenloh. In Emmerich mit der von der Klever Straßenbahn GmbH betriebenen Rheinfähre nach Kleve und mit der am 4. Juni 1903 eröffneten niederländischen Kleinbahnstraßenbahn Südfen-Emmerich hergestellt werden. Am 23. Juli 1910 beschloss der Kreisdat des Landkreises Reß den Bau dieser Kleinbahn. Mit dem Bau und Betrieb beauftragt wurde das RWE. Noch im gleichen Jahr begann eine Tochtergesellschaft des RWE, die Rheinisch-Westfälische Straßen- und Kleinbahnen GmbH, mit den Bauarbeiten. Sie erhielt am 5. August 1912 die Konzession für den Abschnitt zwischen Wesel und Reß und am 29. April 1916 für den Abschnitt zwischen Reß und Emmerich. Schon am 6. November 1914 konnte die Strecke Wesel-Reß in Betrieb genommen werden. In Wesel konnte sie allerdings bis 1951 nicht, wie ursprünglich geplant, durch das Stadtzentrum bis zum Staatsbahnhof geführt werden, weil die preußischen Staatseisenbahnen die Plankreuzung der als strategisch bedeutend eingestuften Staatsbahnstrecke nach Wenloh versagte. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges verzögerte sich die Fertigstellung des Abschnitts zwischen Reß und Emmerich. Wegen der in diesem Abschnitt noch fehlenden Oberleitungen startete am 6. November 1914 der Betrieb zunächst mit einer Dampflokomotive. Im November 1919 wurde der erste Teil des zweiten Abschnitts bis Rasselt elektrifiziert. Der letzte Teil bis Emmerich folgte am 3. Mai 1921 so, dass von diesem Tag an die insgesamt 39, 82 Kilometer lange Strecke elektrisch befahren werden konnte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bahn bei den Bombenangriffen auf die Stadt Emmerich am 7. Oktober 1944, auf die Stadt Reß am 23. Oktober 1944 und bei einer weiteren Bombardierung am 24. Februar 1945 stark beschädigt. Danach wurde der Betrieb, der bis dahin auf der gesamten Strecke noch hatte aufrechterhalten werden können, eingestellt. Auf dem Abschnitt zwischen Reß und Emmerich wurde er nicht wieder aufgenommen. Am 13. Juli 1950 beschloss der Landkreis Reß, die Bahn zwischen Wesel und Reß wieder in Betrieb zu nehmen. Die Gleise und alle Oberleitungsmasten zwischen Reß und Emmerich wurden abgebaut und zur Instandsetzung des südlichen Streckenabschnitts verwendet. Am 9. Juni 1951 nach über sechs Jahren wurde die Kleinbahn Wesel-Reß mit einer Länge von 25,8 Kilometern wieder in Betrieb genommen. Weil die im Krieg zerstörte Eisenbahnbrücke Wesel nicht wieder aufgebaut wurde, erlaubte die Deutsche Bundesbahn nunmehr auch eine niveaugleiche Kreuzung ihrer Strecke, wodurch die Kleinbahn ähnlich einer Straßenbahn durch die Weseler Innenstadt verlaufend um zwei Kilometer bis zum Weseler Bahnhof verlängert werden konnte. Einstellung Am 28. Februar 1964 beschloss der Kreistag des Landkreises Reß in Wesel aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Auslastung der Bahn, diese einzustellen. Am 30. April 1966 kündigte man den noch bis 1976 laufenden Pachtvertrag mit dem RWE und zahlte diesem 1,1 Millionen DM-Entschädigung. Die letzte Bahn zwischen Reß und Wesel verkehrte daraufhin am 30. April 1966. Der Gütertransport zwischen Reß und Empel endete am 31. Dezember 1966. Die Strecke wurde abgebaut. Der Bahnkörper wird heute abschnittsweise als Radweg genutzt. Das Depot ging in den Besitz der Kreisreßer Verkehrsgesellschaft MbH und deren Rechtsnachfolgerin. Der NIAG über und wurde für Omnibusse verwendet, Fahrzeuge. 1914 waren sieben zweiachsige Triebwagen und sieben zweiachsige Beiwagen von der Waggonfabrik Uettingen geliefert worden. 1920 kamen noch drei gleichartige Triebwagen und zwei Beiwagen hinzu. Für den Güterverkehr waren 1913 bzw. 1916 drei zweiachsige Lokomotiven von AEG geliefert worden. Mangels Bedarf wurden sie zunächst an die Kleinbahn Siegburg-Zündorf abgegeben. Zur Aufnahme des Verkehrs nach Emmerich kamen 1919 zwei gleichartige Lokomotiven von dort zurück. Da der Fahrzeugpark im Krieg fast vollständig zerstört wurde, begann der Betrieb 1951 mit vier Aufbauwagen von der Waggonfabrik Uettingen und zwei Beiwagen von der Straßenbahn Opladen-Olichs. 1960 wurden zwei vierachsige Duwag-Großraumwagen beschafft. Diese wurden nach Betriebseinstellung an die Stadt Werkebon verkauft. und nicht laullz auf der Erde ist nicht weit. Moment haben sie eine Idee. Untertitelung des ZDF, 2020